So lange sie es nicht übertreibt, muss ich auch keinen Zensierbalken einbauen. Ich habe mich da vergewissert bei der zweiten Folge von Life is Strange. Das hat auch sonst niemand getan. Vielleicht hast du auch einfach nur genug getrunken und gekifft dafür. Okay, hier komme ich, glaube ich. Ja, ja, komm her! Hör auf! Da geht's, bringe es nach Hause! Hey, du musst es alles wegnehmen. Das ist jetzt bitter. Das ist jetzt bitter. Du bist so... Adorabel? Ja. Ich weiß. Nicht schlecht, Diaz. Ich dachte, dass du das eigentlich machen würdest. Mein Körper hat nur... ...hier zu lernen. Nicht so cold. Das ist, weil... ...hier zu spüren. Ha, ha, ha! So, was are you gonna do about Finn and, you know, his plan? It's a really stupid idea. Way too dangerous, especially for Daniel. I know, Finn acts like this is no big deal, but this feels bad. Plus, I don't really want you guys to get in any more trouble. Yeah, tell that to Daniel. He's gonna be pissed. He's your brother. He'll listen to you. Finn wants to take care of us, but... ...but he doesn't always see other people. It's all about him. I know. But I feel bad for his dream. He'll rage for a while, for sure. Then I'll be cool. He likes you. What do you mean? Come on, heartbreaker. You know, everybody likes you. I plead guilty. Also, die Antwort ist... Also, ich will niemandem leidigen, deswegen sag ich das lieber. Ich liebe dich auch. Oh, Sean. Das ist süß. Ich bin flattig. Oder du bustst auf diese Länge, wenn du, wenn du... ...schneiden. Das erste Mal. Ich versuch. Are you sure? Ich bin... ... nicht so viel Spieler, wie man kann. Hm. Ich weiß nicht. Ich bin beide schon nackt. Hey. Das ist deine Schuld. Nicht, dass ich mich. Also. Willst du mich küsst? Wie er die ganze Zeit zurückwärts geht und weiter rückwärts geht und immer noch weiter rückwärts geht. Schön. Kann ich diese Animation einfach eine Stunde lang laufen lassen? Die sieht so dumm aus. Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich weiß nicht. Vielleicht. Wenn das cool ist. Ja. Das ist. Wenn das cool ist. Sieht. Sieht? Wenn wir jetzt nicht Daniel um die Ecke kommen, ist alles okay. Wow, wir sind hier raus. Gute Idee. Verdammt, Sean. Du bist wirklich kalt. Oh, shut up. Stop looking. Too late for that. Hold on a sec. Ähm, okay. Okay. Was? Es hat sich wehr gemacht. Sean? Ja gut, wir haben das Zelt ja glaube ich schon von innen gesehen. Ähm, das macht er sehr zweideutig. Äh, ja, ähm. Also zum einen kann ich mir vorstellen, dass das Daniel vielleicht nicht so gefällt, wenn ich jetzt mich nicht um ihn kümmere. Auf der anderen Seite weiß ich aber, dass jeder von euch will, dass ich das tue. Also, mir bleibt wohl kaum ne Wahl, ich will nicht mit dem Kommentar, ähm, ermordet werden, deswegen sage ich ja. Ja. Äh, ja. Ich glaube. Dann komm rein, Bro. Sorry for the mess. Hoarders rejected my application. Again. Gut, bei Daniel und Sean im Zelt sieht es jetzt auch nicht so mega toll aus. Einen merken wir dir überhaupt nicht an. Oh, shit. Du bist ein bisschen langer Spieler, Mann. Man merkt ihm die Nervosität überhaupt nicht an. Jetzt sind wir alle kräftig, oder? Ja, ähm. Hey, hör, ich glaube, du müsst wissen, dass ich, ähm. Ich weiß. Nicht über das, okay? I took a breath of fresh air. I took in the view at the top. I took a look at her golden hair. I took a look at her golden hair. I took a look at her golden hair. I took a walk in the dark I took some time to decide if it was right I took a walk in the dark What's going on, Sean? Hey, what's up? You see, the question is not just me Never mind Sean, talk to me Sorry, I, uh, sorry, it sucked Sean, this is your first time I won't give you a bad review online Probably, that's sweet But you don't have to do like that Hey, I mean it, Sean Just take it easy and you'll have time to practice Okay? Okay, we need some fresh air Let's get dressed Until we fuck again Hey, what's happening? Wait, did you guys just have sex? Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein We need to stop them Let's figure out a plan first We don't have time for that shit Well, we need to get to Meryl's before then You're right Und wie? Maybe we can borrow one of Big Joe's trucks I hope so Holy shit Jetzt, jetzt liefst du doch gerade mal bei Sean Ja gut, dann kann ich mich ja um Daniel kümmern, wenn du schon Finn killst Und ich vermute Ja Ähm, okay Ich schau mich trotzdem mal um Falls es hier irgendwas gibt, zum sich umschauen Ja, so ganz kleines bisschen Figuren Check die andere Tür von dem Sean, check die Tür Alle Türen locken Natürlich Toll Hallo, sie hat sich das Auto doch schon angesehen Gut erkannt Gut erkannt So Big Joe can't follow us Love the way you think We can find some things here to bust shit up But we can't make a sound Shit Daniel What are you getting into? Na, auf nichts Gutes Toll Natürlich geht's nicht auf Ich kann das Auto Wenn ich das Auto öffnen kann Ich muss etwas finden, um es zu schlafen Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein und das leise? Ähm Oh Gott, das hat sich gerade so angehört Kurz als Wie wäre es, wenn du die Taschenlampe ausschaltest? Nichts hier, Mann Nein, wie kommst du denn auf die Idee? Ja Ah, okay Da kommen wir wohl nicht ran Okay, da kommen wir auch nicht ran Naja, ich schau trotzdem mal hier rein Ja, Klebeband ist wahrscheinlich nicht so die richtige Wahl Ja, ihr habt es etwas öfters So Hm Neible Ah, okay. Jetzt kann ich die Sache noch aufbrechen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich will... Ist ein Schlüssel drin. Zu welchem Auto ist er? Oh, ja. Vielleicht ist das in einer der Fahrten. So, und jetzt hier. Schlüssel ausprobieren. Vielleicht ist er auch davon. Schöne! Holy shit. Der Mann ist wirklich nicht schockiert. Nee. Ja, nein. Ich glaube nicht, dass ich das benutze. Ja gut, was könnte es dann bloß sein? Die nehmen wir auch lieber mal mit. Okay. So leicht wird das wohl im Real Life nicht funktionieren. Kannst du mir vorstellen. Denk mal, ich werde einfach alle zerstechen. Ich beeile mich doch schon, Cass. Okay, okay, okay. Aufbrechen. Okay. Dann haben wir wohl keine andere Wahl. So sentimental. Not sentimental, no. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020